und da sind wir zur nächsten Folge Let's play together ich stehe hier ich stehe gerade in meiner, ja wie soll ich es das nennen Audienz drinnen ah ist er tot, ich wusste was du da würdest Skelett, Skelett, Skelettton ich hab nur noch ein halbes Herz, kann nix machen mit Skeletten sind wir ja nicht gerade befreundet das sieht man hier auch an der Let's play shows obwohl es noch nicht draußen ist oder spielen die Assassins spinnen vor allem Alter, die kleinen Zombie gibt's wirklich oh ja oh Gott, ich hasse die hier auf Gottes Willen hinter dir die brennen nicht, ist das Problem ah so, hab ich jetzt ein Schwert NEIN! da hab ich ein Schwert und meine wird tot die Milch spinnen brennen nicht ESE! los in die Schlacht so, dann da hinten irgendwo muss ich jetzt die Schlacht mit meinem Schwerter rumliegen was ich mir gerade so noch craften konnte ah, Mini Zombie Mini Zombie Mini Zombie Mini Zombie heute liegt ne Rose herum wie schön ist äh meine Mini Zombie so hat mein Schwert einglassiert sterben so, hier liegen noch Knochen herum nicht von mir ach alle Knochen haben die da alle hast du Holz eingesammelt irgendwie? ja, 16 ok, ja los, wollen wir jetzt erstmal auf Monsterjagd gehen? NEIN! Skeletor! ja, da muss ich Stein holen ich krieg keinen Schaden äh, bei der Schussmanete und genau ist hier Wasser Quatsch, Hilfe, Hilfe! na, geh runter ich hab nur gesagt, wir warten aber nein ah, ich bin ein One-Hit! los los, bauen wir ein bisschen ab, ne? äh du musst irgendwie ein bisschen essen Zombie Fleisch wirst du auch nicht hast du irgendwie Kuhfleisch? ne, nein halt nicht sie sind alle verschwunden bei mir, deshalb ja, ich geh mal jagen erstmal lass dein Leben wieder regenerieren na, schön lass, äh zwei Kühe übrig ja, stimmt wenn du Rats hast könnten wir uns ja auch mal, äh da in den Dschungel verziehen wenn wir wollen ich komm auf die große Hauptinsel und, äh jagen einfach zu also ich geh auch in die Dschungel wieder zurück sobald ich meine äh Sachen hab ja, also sag einfach mal scheitern ich komm erstmal jagen du hast ich hab jetzt eine bessere Spitzhacke ich bin jetzt, ich bin jagen 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 so, eine Kuh ich töte jetzt noch ich erstmal verschaffe gebt euer Wolle her vollem euer Wolle wir brauchen zwei Betten euer Wolle weil euer Wolle und so ja, wo ich dieses Weil nur her kenne wie war Pferde? mit Pferden kann ich allerdings nix anfragen ja, ich auch nicht ich hab schon mal was da hinten ein Pferd ja, noch ein Pferd das hat man aufhören zu sprinten obwohl, ne macht sowieso keine Unterschiede mehr ah, Schaffe ah, Schaffe ah, Leck neue, Schaffe neue, Schaffe neue, Schaffe every day am Schaffe so, hab vier Wolle ich finde gerade auch keine Schaffe mehr so, ich muss irgendwas nachgucken äh ah, ok, ok, ok 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 da haben wir noch mal Glück gehabt so, nehm ich nochmal das Zuckerrohr hier mit ok, das ganze hier hat gerade, hab ich gerade so gerade eben nachguckt 100% Auslastung ja, ich weiß das ist, das habe ich ja gesagt, dir noch Glück so, bis jetzt, bis jetzt wieder im Dschungel oder bist du Gott? nein, ich hab, ich hole grad Kohle eine Höhle eine Höhle eine Höhle eine Höhle eine Höhle ab ins Wasser ganz kühle, nass hoffentlich ist das Skelett hier nicht mehr nein, es ist noch da es ist noch da ja, warte ich komme gleich ach, jetzt ist er auf mich fokussiert ja, schön jetzt auf dich nein, nein, nein warte, bleib mal da let's get ready to rumble ouch ha, ha und da hast du seine Knochen rausgeholt Party und ja, ich glaube, wir gehen in den Dschungel zurück ja, äh was, was brennt du lieber? bau mal, bau mal alles ab ja, äh du musst alles abbauen, ne? ich hab kein Crafner-Tab und so, ne? so jetzt schnell zurück und holen, holen und ein Haus bauen vergessen holen ja, so ich hab, ich hab noch, äh, elf Sam dann können wir lang okay, vielleicht nächste Folge erst dann können wir schon mal eine Farm bauen so ja, und am Anfang bauen wir gleich erstmal nur erst mal so ein quadratisches, äh, Holzgebäude äh, es muss nur, es muss nur Sex mäßig sein ge-gehen wir jetzt halt, äh ja, wir können unser Haus da- gehen wir jetzt in Osten, Westen oder Norden? ja, wir können unser Haus eigentlich auf diese kleinen Insel da bauen, oder? ja, mit nem geilen Wasserkeller Aber die Insel hier ist eigentlich doch relativ gut. Eigentlich schon. Ah, Kakaobohn! Ah, ich weiß. Erstmal brauchen wir Holz. Ich zerschlag hier erstmal alle hohen Gräser auf der Suche nach Samen. Ich hab schon elf. Und, na, und, ja, du bist unbefruchtbar. Daniel, du bist unbefruchtbar. Zitat. Merken, Daniel ist unbefruchtbar. Also, alle weiblichen, ihr könnt mit Daniel nix anfangen. So, hab vier Samen bekommen. So, ich hab elf Samen. Holzhacken. Lass mal so vier Dschungelholz nicht verarbeiten. Ich brauch viel machen, außer Kakao, äh, Kakao aufbauen. Okay. Okay, okay. Hey. Ja. So. Das, äh, Tod nach Turbulentenanfang, ähm, hat sich das Ganze jetzt wieder beruhigt, oder? Ja, und das wird sich verbessern, wenn wir unser Haus bauen. Oder gebaut haben. Ich hab, ich hab gar nicht nur noch zwei Herzen und, äh, kein Hungerbalken mehr. Ich hab zwei, äh, drei Hungerbalken und, äh, acht Herzen. Okay. Super. Okay, äh, wie viel Holz hast du? Ähm, mit diesem Baum hier, glaub ich, elf oder so. Wie viel hast du jetzt? Acht. Neun. Du hast elf. Genau elf. Aha. Und ich könnte euch, und ich, äh, euch. Ich könnte uns, ähm, auch kurz, ähm, ein paar Bäume. Nee, verarbeite alles Holz. Ich hab jetzt vier Dschungelholz noch. Ähm, ich könnte hier auch noch irgendwo hier einen, äh, Eichenbaum pflanzen. Äh, ja. Äh, wollen wir uns ja ein bisschen quadratischer machen? Obwohl. Damit wir das Loch hier füllen können. Obwohl, äh, ja. Ähm, geh, kannst du erst mal ein paar Werkzeuge machen? Ich hab nur noch ein paar Sticks für dich. Ja. Soll ich jetzt erst mal, äh, machst du ein bisschen quadratischer so lange? Obwohl, nee. Die Form, die Form geht schon so. Also, cool, guter Geil. Und das Loch hier? Ja, das, das füllen wir noch. Aber sonst, äh, die Formen von der Insel sind eigentlich wirklich gut. Aber mach du erst mal ein paar Werkzeuge, bitte. Äh, was für Werkzeuge hättest du gern? Äh, Spitzhacke und Axt, glaub ich. Wer hat's mich noch? Natürlich. Okay, ich hatte grad so Probleme mit, äh, Kopfhörern. Deshalb. So, hier. Vielen Dank. Und ich baue euch noch eine Brücke rüber, falls wir Pferde noch rüberholen wollen. Okay, da hab ich meinen... Oh, ja. Da... Okay, da hab ich meinen... Jetzt hast du, sie hast dich vergessen. Ja, ich auch. So. Ich, äh, flattest du euch jetzt mal einen Eichenbomb an? Oh, einer... Äh, ja. Ich weiß jetzt nicht. Eine... Sagen wir mal, äh... Ein Kollege. Ein Kollege. Also... Ich mach mal kurz ein Abo für ihn. Luxplay Minecraft ruft mich grad an. Okay. Ablehn. Keine Ahnung. Oder guck. Echt warum? Ach, wir haben jetzt einen Spezialgast, obwohl es los sich nicht mehr. Weil wir machen jetzt nicht Cut. Jo, dann, äh, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Bis dann. Adios. Amigos. Amigos.